In jener Zeit herrschte ein angespanntes Verhältnis zwischen zwei benachbarten Inselverbänden vor Merlin fort. Es entbrannte ein kriegerischer Konflikt, der sich hauptsächlich um Gebietsansprüche von Fischfanggründen drehte. Die Szenerie nahm wieder Fahrt auf und Serap sah entsetzt zu, wie die Inselstämme gegenseitig übereinander herfielen und mit ihren Äxten und Speeren auf grausamste Art und Weise Tod und Zerstörung in den Dörfern hinterließen. Viele Bewohner auf beiden Lagern fanden den Tod. Familien wurden meist auf die Kinder reduziert, weil man nicht als Kindermörder abgestempelt werden wollte. Kinder, die verschont wurden, überlebten als Waisen und fanden auf Umwegen zu neuen Familien. Auch Mara kam während der Auseinandersetzungen traurigerweise ums Leben und hinterließ ihre zwei Jahre alten Kinder, die Zwillinge Machli und Merachli. In den Wirren des Krieges wurden sie voneinander getrennt und fanden auf verschiedenen Inseln ein neues Heim, wo sie trotz der harten Lebensumstände, die ein Stammeskrieg mit sich brachte, einigermaßen behütet aufwuchsen. Die kriegerischen Überfälle kamen erst nach drei Monaten zum Erliegen. Man einigte sich auf einen Waffenstillstand und teilte die festgelegten Fischfanggebiete neu ein. So kehrte langsam wieder eine Art von Stabilität ins Alltagsleben beider Inselvölker zurück. Der kleine Machli wurde bei einer Fischerfamilie untergebracht. Merachli, das Mädchen, wuchs indessen auf einer Insel auf, wo sich die Menschen vom Netzeknüpfen ernährten. Etwa fünf Jahre verging, als Machli seinen Ziehvater Nunuke das erste Mal zu einer weit entfernt gelegten Insel begleitete. Nunuke brauchte ein neues Fischernetz und konnte es sich nicht erlauben, bis zum nächsten Wochenmarkt zu warten. Machli sollte mitsegeln und das Handeln erlernen. Außerdem würde die Fahrt trotz günstigem Wind immerhin einen ganzen Tag andauern. Da konnte ein wenig Gesellschaft nicht schaden, dachte Nunuke bei sich. Machli liebte die See. Er liebte es, mit Nunuke das Leinentuch des Fischerbootes zu spannen und loszusegeln. Und wenn es windstill war, nahm er gerne den Holzpaddel in die Hände, um das Boot eifrig weiter zu bewegen. Eines Tages, wenn er erwachsen geworden wäre, so dachte er kühn, würde er sich ein großes Boot bauen und so weit wie möglich davonsegeln und die Grenzen der Meere erkunden. Er war fast furchtlos und für sein junges Alter sehr aufgeweckt. Während der Bootsfahrt zog er es vor zu schweigen, die See zu beobachten und das Verhalten des Bootes im Wind zu studieren. All dies lernte er von seinem Ziehvater, dem erfahrenen Fischer Nunuke. Nach einer Tagesreise legten sie auf der Insel der Netzeknüpfer an. Nunuke suchte die Hütte von Tenesu, dem Dorfältesten, auf, der gleichzeitig auch der Dorfvorsteher war. Sie kannten sich schon einige Zeit und waren beide Ratsmitglieder der Inselketten des Südens. Und wie es der Brauch für Besuche von weiter entfernten Inseln vorsah, brachte Nunuke dem Dorfältesten Geschenke in Form von Nahrungsmitteln mit. Er hatte Fische und getrocknetes Obst dabei, die Tenesu anerkennend, nickend annahm. »Was führt dich hierher, dass du eine so lange Reise auf dich genommen hast, mein Freund?«, fragte Tenesu, während sein Blick auf Machli fiel. Machli bestaunte die verschiedenen Holzobjekte, die ordentlich auf einer Kommode aufgereiht waren. Kunstvolle Schnitzereien, übergroße Köpfe, die teilweise Hüte trugen oder mit Rauchpfeifen ausgestanden, Er fragte sich, was diese Köpfe bedeuten würden. Jedoch blieb er ruhig, weil er die Unterhaltung der Erwachsenen nicht stören wollte. Tenesu bemerkte aus den Augenwinkeln das Interesse des Jungen an den Schnitzereien, während er sich weiter mit Nunuke unterhielt. »Ich brauche dringend ein neues Netz zum Fischen. Mein altes ist mir beim letzten Mal gerissen. Und das schon nach zwei Wochen.« »Das hat man davon, wenn man aus Bequemlichkeit direkt bei der gegenüberliegenden Nachbarinsel kauft, die nicht gerade für ihre Qualitätsarbeiten bekannt ist«, scherzte er halb im Spaß. Doch es ärgerte Nunuke offensichtlich, dass er dadurch zwei ganze Arbeitstage mit Fischfang einbüßen musste, nur um sich ein stabileres Netz zu besorgen. Tenesu überlegte kurz und sagte, »Dann geh mal besser direkt zu Samira.« Sie ist seit drei Monaten bekannt für ihre stabilen Netze wegen dieser neuen, genialen Knüpftechnik, die sie entwickelt hat. Die Käufer scheinen bis jetzt sehr zufrieden mit ihrer Arbeit zu sein. »Gut, aber wehe, wenn nicht, dann wird sie mich gleich mal kennenlernen. Geniale Knüpftechnik, hin und her, halten muss es das Netz«, antwortete Nunuke griesgrämig. »Darüber mache ich mir keine Sorgen«, konterte Tenesu Jovial. »Eher darüber, was passiert, wenn ihr euch beide wirklich einmal näher kennenlernt.« Mit einem zwinkernden Auge zu Machli gewandt, öffnete er die Tür und erklärte Nunuke den Weg zur Knüpfstätte. Dort angekommen sah Nunuke eine schlanke junge Frau, die mit flinken Händen Netze zusammenrollte und sie dann wegtrug, um sie im Lagerhaus aufzubewahren. Für ihr Alter stellt sie sich ganz geschickt an und sinkt dabei noch fröhlich vor sich hin, stellte er anerkennend fest, denn er wusste gute Arbeitsmoral sehr zu schätzen. »Wo finde ich hier die Chefin Samira?«, fragte Nunuke halblaut, um sie nicht vollends zu erschrecken. »Das bin ich, werter Herr, was wünscht ihr?« Die junge Frau blickte ihn aus kecken Augen an, mit einer Art, die Nunuke irgendwie zu gefallen schien. Für einen kurzen Augenblick musterte er Samira, die mit ihren langen, glatten Haaren und dem geschmeidigen Körper einer Tänzerin ausgestattet war. »Und sie soll diese neue Knüpftechnik entwickelt haben?«, dachte er bei sich. »Wir wollen ein Fischernetz kaufen,« fiel Machlehns Gespräch ein. »Und sie sollen die Besten der ganzen Insel haben,« wurde uns gesagt. »So, so, mein junger Mann,«, strahlte sie ihn an, »was du nicht sagst. Na, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir was Passendes für euch haben.« Für einen Augenblick schaute sie Machli seltsam musternd an und eilte dann ins Haus, um frisches Trinkwasser für die angekommenen Gäste zu holen. »Eigentlich verkaufe ich nur auf den Märkten weiter nördlich von hier,« sagte Samira, während sie das köstlich schmeckende Wasser und etwas Obst servierte. »Aber da ihr schon von so weit hergekommen seid, mache ich heute eine Ausnahme,«, sagte Samira leicht beschwingt und stupste im Vorbeigehen Machlis Nase mit ihrem Zeigefinger an. Nun okay, erklärte ihr, was mit seinem alten Netz passiert war. Die weite Reise habe er mit seinem Sohn deswegen auf sich genommen, um gute Ware einzukaufen. Samira zeigte ihnen das Lagerhaus, das brechend voll war mit ihrer wohl sortierten Handelsware. Machli staunte nicht schlecht und Nun okay nickte anerkennend, als er sich von der Qualität der Netze mit seinen erfahrenen Händen überzeugen konnte. Überraschenderweise wählte er gleich drei von ihnen aus. Dabei hatte er nur Tauschware für maximal zwei Netze mit sich genommen. So ein Pech auch. Man musste sich also wiedersehen. So einigten sie sich auf ein Treffen beim nächsten Handelsmarkt, auf den nördlichen Inseln. Das wäre in einem Monat. Nun okay, wollte Samira bis dahin berichten, wie gut oder schlecht er mit den Netzen zurechtgekommen war und natürlich schnell seine Schulden begleichen. Zudem schien ihm der Gedanke, die junge lebhafte Samira bald wiederzusehen, nicht gerade unangenehm zu sein. Aber wehe, diese Dinge halten nicht lange. Dann komme ich zurück und fordere mein Geld wieder, sagte Nun okay und schlüpfte in die Rolle eines grießgrämigen Fischers. Wenn das der Fall ist, dann zweifle ich eher an deinen Fähigkeiten als Fischer. Aber komm nur wieder, wenn du unzufrieden bist, entgegnete Samira schlagfertig. Wir werden sehen, grinste Nun okay frech. Als sie sich verabschiedeten, wandte sich Samira an Machli und versprach beim nächsten Mal, ihre Tochter mitzubringen. Sie ist in deinem Alter, junger Freund. Ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Heute ist sie mit ihrem Großvater unterwegs und deswegen nicht hier bei mir. Aber beim nächsten Mal könnt ihr miteinander spielen, während die Erwachsenen Geschäfte machen, zwinkerte sie ihm zu. Gut gelaunt machten sich beide auf zu ihrem Boot. Nun okay verstaute zufrieden seine neue Ware, während Machli vom alten Tennis-Zoo gerufen wurde, der plötzlich am Ufer auftauchte. Kleiner Mann, ich möchte dir noch etwas mitgeben, sagte der Dorfälteste vielversprechend. Er überreichte Machli einen kleinen Bastkorb mit etwas Verpflegung für die Rückfahrt und eine der kleinen Holzstatuen, die Machli so interessiert angeschaut hatte. Machli bedankte sich herzlich, während Nun okay auf Tennis-Zoo zuging und ihn zum Abschied umarmte. Und? Hatte ich recht? fragte Tennis-Zoo triumphierend. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Tennis-Zoo, tat Nun okay unschuldig, während er seine Nasenflügel zu nüstern aufriss und mit runden, kulleraugen den Überraschten mimte. Beide Männer lachten überschwänglich. Dann stiegen Machli und sein Ziehvater ins Boot und ruderten langsam davon. Ein interessanter junger Mann, dieser Machli, dachte Tennis-Zoo bei sich, während er ihnen zum Abschied zuwinkte. Auch Samira fand sich zwischenzeitlich an den Strand ein und winkte den Abreisenden zu. Einen Monat später trafen sie sich wie verabredet auf dem größten monatlichen Inselmarkt im Norden der See. Nun okay nahm Machli wieder mit auf Tour. Der war die ganze Zeit über aufgeregt, denn es war das erste Mal, dass er den größten Inselmarkt der beiden Verbände besuchen durfte. Nun okay schien es ebenfalls nicht abwarten zu können, dorthin zu gelangen. Er war mit den von Samira gekauften Netzen mehr als zufrieden und wollte ihr davon berichten. Am Markt angekommen sah Machli ein buntes Treiben, so viele Menschen. Aus verschiedenen Inseln, das hatte er noch nie gesehen. Und erst die Vielfalt der ausgestellten Waren, das war schier überwältigend. Es gab Töpfer, Holzschnitzerei zur Verzierung der Wasserhütten, Schmuck aus Muscheln, Obst- und Getreidestände, Nutztiere, die angeboten wurden, einen Fischverkäufer, herumtollende, spielende Kinder und da war er, der Netzknüpfer stand von Samira. Sie lächelte zur Begrüßung die beiden Neuankömmlinge an. Sich von ihrem Holzschemel erhebend, schaute sie nach oben direkt in Nunukes Augen und fragte, ob er mit ihren Netzen zufrieden sei. Nun okay schildert ihr aufgeregt und lebhaft seine guten Erfahrungen mit den Netzen. Die Erwachsenen waren sofort vertieft in einem Gespräch, so dass Machli seinen Ziehvater fragte, ob er sich den Markt mal alleine anschauen dürfe. Aber geh nicht zu weit weg und merke dir, wie du diesen Stand hier wiederfinden kannst, sagte Nunuké. Machli ging von Stand zu Stand und prägte sich ein, was die Verkäufer anzubieten hatten. Fasziniert war er von den Tausch- und Kaufritualen der Händler und Käufer. Wenn ich groß bin, so träumte er vor sich hin, werde ich auch mal meine Waren auf dem Markt tauschen und ganz reich werden. Aus einer Menschenansammlung drang lautes Gejohle an seine Ohren, was ihn jäh aus seinem Wachtraum holte. Machli näherte sich der Menge an, um zu schauen, worüber die Menschen so erregt waren. In der Mitte des Kreises stolzierten zwei Kampfgockel auf und ab, die von ihren jeweiligen Besitzern immer wieder eingefangen und aufeinandergeworfen wurden. Machli erschrak, als er den brutalen Kampf sah. Von dem Anblick der johlenden Menge war er angewidert und bedeckte seine Augen mit seinen Händen. Dann lief er schnell zurück zu Samiras Stand. Vater, Vater, rief er außer Atem. Es ist schrecklich. Dort hinten lassen die Männer Hähne gegeneinander kämpfen, bis einer umkommt. Nun okay war noch ganz vertieft in dem Gespräch mit Samira und schenkte seinem Jungen kaum Aufmerksamkeit. Samira nahm ihn jedoch in die Arme und fühlte mit dem jungen Mann. Möchtest du eine Mango essen? Ich habe heute Morgen einige gepflückt, fragte sie ihn tröstend. Machli nickte. Samira drehte sich um und rief ihre Tochter herbei. Hol uns doch mal zwei Mangos aus dem Korb, damit wir sie zusammen essen können. Der kleine Mann hier brauchte etwas Trost für seine Seele. Hinter dem Stand war ein kleiner Sonnenschutz aufgebaut, aus dem heraus eine mädchenhafte Stimme rief. Ich komme gleich, Mutter. Samiras Tochter kam mit den Mangos in der Hand und überreichte sie ihrer Mutter. Das ist meine Tochter Merachli. Und zum Machli gewandt, sprach sie frohlockend. Ich habe dir beim letzten Mal doch eine Spielgefährtin versprochen, damit die hier nicht so langweilig wird. Begrüßt euch doch mal. Machli und Merachli standen sich wie angewurzelt gegenüber. Verdutzt konnten sie ihre Augen nicht voneinander lassen, so als kannten sie sich seit einer langen, doch vergessenen Zeit. Ihre Augen spiegelten vertraute Tiefe wieder und Erinnerungsfetzen schienen etwas hochzukommen, doch drangen sie nicht in das Bewusstsein der Kinder ein. Nur das vertraute Gefühl war da. Die beiden Erwachsenen sahen aufmerksam zu und bemerkten die Besonderheit des Augenblickes. Wieso geht ihr zwei nicht an den Strand und sucht zusammen nach Muscheln? unterbrach Samira die Szene mit ihrem Vorschlag. Gute Idee, ja. Mach das mal, unterstützte sie nun okay. Die Kinder gingen wortlos an den Strand. Etwas Merkwürdiges war passiert. Dann jedoch wurden sie vom kindlichen Spieltrieb erfasst und begannen Steine ins Wasser zu werfen. Wenn ich groß bin, fahre ich ganz weit ins Meer hinaus und schaue nach, wo die Welt endet, protzte Machli. Merachli erwiderte, Dann nimm mich mit. Das würde ich mir auch sehr gerne anschauen. Und so verbrachten sie spielerisch den Tag miteinander. In der Folgezeit trafen sich Machlis Vater und Merachlis Mutter immer häufiger, angeblich um darüber fachzusimpeln, wie man die Fischernetze noch weiter verbessern könnte. Bei jedem Treffen nahmen sie die Kinder mit, die es kaum abwarten konnten, sich wiederzusehen. Sie verstanden sich einfach blendend und im Laufe der Zeit hielten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Bei Nunuke und Samira lief es scheinbar anders. Immer öfter fingen sie an, wegen ihrer gegensätzlichen Ansichten zur Fischerei zu Behör zu streiten. Sowas Wichtiges auch. Eines Tages ging der Streit so weit, dass irgendwann einmal die Eltern beschlossen, ihre Kinder sich nicht mehr sehen zu lassen. Die Inselbewohner, die das mitbekamen, fanden es unmöglich, dass sich Nunuke und Samira zu diesen überzogenen Maßnahmen hinreißen ließen. Sie fanden es unmöglich, dass zwei Kinder, die sich so gut verstanden, durch ihre Eltern davon abgehalten wurden, miteinander zu spielen. Doch in Wirklichkeit gebrauchten Nunuke und Samira den Streit als Vorwand, sich immer und immer, auch ohne die Kinder, wiedersehen zu können. Und so wurde zu jener Zeit das Sprichwort geboren, dass da, wo viel Streit herrscht, auch Liebe im Spiel sein muss. Das Körnchen Wahrheit in diesem Spruch wurde zu einer realen Tatsache. Samira und Nunuke liebten sich in der Folgezeit abgöttisch und verließen ihre jeweiligen Partner, um sich miteinander zu vermählen. Sie schufen sich ein neues Heim und mit ihnen zogen auch Machli und Merachli in das neue Zuhause.